In der Hotellerie gelten zwei entscheidende Erfolgsfaktoren. Die Zufriedenheit der Gäste und hohe Wirtschaftlichkeit. Einen optimalen Return on Investment. Kludi hat für die Hotellerie die perfekte Lösung. Das neue Duschsystem Kludi Cockpit Explorer. Was ist dem Hotelgast wichtig? Neben dem Schlafkomfort kommt es vor allen Dingen auf die Badausstattung an. Und hier spielt die eine zentrale Rolle. Das neue Duschsystem von Kludi, der Cockpit Explorer, ist das ideale System für die Hotellerie. Der Kludi Cockpit Explorer ermöglicht dem Hotelgast einfache und intuitive Bedienung. Große und gut in der Hand liegende Drehregler ermöglichen die genaue Abstimmung von Wasserstrahl und Temperatur. Dank der Kludi Touchproof Technologie wird der Thermostat nicht heiß. Der Gast kann sich nicht verbrühen. Das bietet ihm Sicherheit und hält sie frei von Haftungsrisiken. Dank der verstellbaren Wandhalterung ist er bis zu 18 Zentimeter adaptierbar und kann so in bestehende Bohrlöcher angebracht werden. Ein wirkliches Plus im Renovierungsfall. Ein weiteres Plus ist die höhenverstellbare und schwenkbare Kopfbrause. So kann sich der Gast individuell sein Duschvergnügen einstellen, ob er nun klein ist oder groß. Zufriedene Gäste durch maximalen Bedienkomfort und maximale Sicherheit. Hohe Wirtschaftlichkeit durch Flexibilität in der Montage, geringe Installationskosten und sehr geringe laufende Kosten über die gesamte Lebensdauer. Der Kludi Cockpit Explorer – die ideale Lösung für Ihr Hotel.